Justus, Matthias Brüggenolte, L. Erklärt Richard, Silvan Pia Leirich, seine Änderungen zum Baukonzept. Ben möchte Zeit mit Nils verbringen. Kilian will nicht, dass Justus sein Konzept dem Bauamt präsentiert. Ben will Papa Zeit mit Nils verbringen, doch es kommt ganz anders als geplant. Kilian will unbedingt verhindern, dass Justus sein Konzept dem Bauamt vorträgt. Eine ehemalige Klientin scheint weiterhelfen zu können. Daniela, Berit Arnold, kann es nicht lassen, Ben, Jörg Rode, Vorwürfe zu machen. Justus, Matthias Brüggenolte, nutzt seinen unfairen Vorteil für seinen Pitch. Ben, Jörg Steinkamp und Kim, Jasmin Minz, bemühen sich, ihre Spannungen vor Nils zu verbergen. Yun-Pierre, vor allem Slingo, um den BG- Mehlen, bemühen sich, ihre Spannungen vor Nils zu verbringen. Jesu winze, mit Jörg Steinkamp und Kim, Jasmin Minz, bemühen sich, ihre Spannungen vor Nils zu verbringen. Untertitelung des ZDF, 2020